Ernste und hochfahrende Leute Eine meiner Freundinnen sagt, wir Chilenen seien arm, hätten aber empfindliche Füße. Damit spielt sie natürlich darauf an, dass wir beim geringsten Anlass gekränkt sind. Die reinsten Mimosen, unmäßig stolz und bei jeder sich bietenden Gelegenheit geneigt, den todernsten Trottel zu geben. Woher das kommt? Zum Teil dürfen wir es wohl unserem Mutterland Spanien zuschreiben, das uns eine Mischung aus Leidenschaft und Ernst vermacht hat. Etwas stammt sicher auch von den leidgeprüften Araukanern und den Rest können wir dem Schicksal anlasten. In meinen Adern fließt etwas französisches Blut von Seiten meines Vaters und zweifellos auch indianisches, das sieht man mir an. Doch im Wesentlichen sind meine Ursprünge kastilisch-baskischer Natur. Die Gründerväter von Familien wie der Mainen wollten Dynastien aus der Taufe heben. Und manche erfanden sich zu diesem Zweck eine aristokratische Abstammung, auch wenn sie vormals spanische Bauern oder Glücksritter gewesen waren, die restlos abgebrannt am entlegensten Zipfel Amerikas gelandet waren. Von echtem blauem Blut konnte die Rede nicht sein. Sie waren ehrgeizig und arbeitsam, bemächtigten sich der fruchtbarsten Landstriche in der Umgebung von Santiago und setzten alles daran, Honoratioren zu werden. Da sie früher eingewandert und rasch wohlhabend geworden waren, gestatteten sie sich den Luxus, auf jene hinabzusehen, die nach ihnen kamen. Sie heirateten untereinander und sorgten als gute Katholiken für reichlich Nachwuchs. Die normal geratenen Söhne waren für die Ländereien, für eine Laufbahn in einem Ministerium oder in der klerikalen Hierarchie bestimmt, niemals jedoch für den Handel, der einer anderen Sorte Mensch vorbehalten war. Die geistig weniger Begünstigten brachte man bei der Marine unter. Häufig war noch ein Sohn übrig für den Posten des Präsidenten der Republik. Bei uns gibt es Sippen von Präsidenten, als wäre der Posten erblich, denn die Chilenen wählen bekannte Namen. Die Familie Erasuris etwa stellte drei Präsidenten, gut 30 Senatoren, wer weiß wie viele Kongressabgeordnete und daneben etliche hohe kirchliche Würdenträger. Die tugendhaften Töchter der bekannten Familien heirateten ihre Cousins oder lebten beseelt von zweifelhaften Wundern. Um die Verirrten kümmerten sich die Nonnen. Man war konservativ, fromm, ehrbar, hochfahrend und sparsam, im Allgemeinen jedoch zu großzügigen Gaben bereit, weniger aus Veranlagung als zum Gewinn des Himmelreichs. Die Furcht vor Gott war allgegenwärtig. Ich wurde mit der Überzeugung groß, dass jedes Privileg naturgemäß einen Rattenschwanz von Verpflichtungen nach sich zieht. Diese soziale Schicht Chilis hielt eine gewisse Distanz zu ihren Nächsten, denn sie war auf Erden, um gutes Beispiel zu geben. Eine schwere Bürde, die man mit christlicher Demut auf sich nahm. Doch sollte ich wohl klarstellen, dass der Familienzweig meines Großvaters trotz seiner Abstammung und seines Namens nicht Teil dieser Oligarchie war, zwar ein gutes Auskommen hatte, jedoch nicht über Vermögen oder Ländereien verfügte. Typisch für die Chilenen im Allgemeinen und die Nachfahren von Kastilian und Basken im Besonderen ist ihre Nüchternheit, die stark mit dem überschäumenden Temperament kontrastiert, das man sonst in Lateinamerika häufig findet. Ich wuchs zwischen steinreichen Tanten auf, Cousinen meines Großvaters und meiner Mutter, die schwarze, knöchellange Kittel trugen und sich brüsteten, die dreiteiligen Anzüge ihrer Ehemänner zu wenden. Ein mühseliger Vorgang, bei dem alle Nähte aufgetrennt, die Teile gebügelt und auf links wieder zusammengenäht wurden, um dem Kleidungsstück neues Leben einzuhauchen. Die Opfer waren leicht auszumachen, weil die Brusttasche ihres Jacketts auf der rechten Seite saß. Es sah immer erbärmlich aus, bewies jedoch, wie sparsam und tüchtig die wackere Frau des Hauses war. Tüchtig zu sein, ist fundamental in meinem Land, in dem nur die Männer auf der Bärenhaut liegen dürfen. Ihnen wird das verziehen, genau wie das Trinken, weil beides als biologisch unvermeidlich gilt. Wer so geboren ist, ist halt so geboren. Bei Frauen ist das etwas anderes, versteht sich. Die chilenischen Frauen, selbst die Betuchten, lackieren sich nicht die Fingernägel. Denn das würde ja bedeuten, dass sie nicht mit den Händen arbeiten. Und es gehört zum Schlimmsten, wenn man als Faulenzerin tituliert wird. Wer früher einen Bus bestieg, sah sämtliche Frauen darin strecken. Damit ist es vorbei, weil tonnenweise gebrauchte Kleidung aus den Vereinigten Staaten und Polyestermüll aus Taiwan ins Land kommen. Und so ist das Stricken Geschichte geworden. Unsere notorische Nüchternheit soll angeblich das Erbe erschöpfter spanischer Eroberer sein, die halb verhungert und verdurstet, weniger von der Gier, als von Verzweiflung getrieben, Chile erreichten. Diese beherzten Pioniere, die letzten bei der Verteilung der Beute der Conquista, mussten über tückische Pfade die Anden überqueren, sich unter sengender Sonne durch die Atacama-Wüste quälen oder den Wogen der todbringenden Stürme vor Kap Horn trotzen. Die Entschädigung war kaum der Mühe wert, denn Chile bot nicht, wie andere Gegenden des Kontinents, die Möglichkeit zu exorbitantem Reichtum. Die Gold- und Silberminen ließen sich an einer Hand abzählen und das Edelmetall aus dem Fels zu brechen, war eine unmenschliche Schinderei. Für prosperierende Tabakplantagen, für Kaffee oder Baumwolle taugte das Klima nicht. Unser Land war schon immer eher arm. Alles, was ein Siedler erwarten durfte, war ein ruhiges Leben als Landmann. Früher war Prahlerei, wie gesagt, völlig inakzeptabel. Aber das hat sich leider zumindest in Santiago geändert. Dort tut man sich heute gern groß, fährt etwa am Sonntagvormittag zum Supermarkt, packt sich den Einkaufswagen mit den teuersten Waren voll, Kaviar, Champagner, Filetspitzen, dreht eine Weile Runden, damit alle die Einkäufe bewundern können, lässt den Karren dann vor irgendeiner Regalreihe stehen und macht sich mit leeren Händen davon. Außerdem soll ein großer Teil der Handys aus Holz sein. Man kann bloß damit angeben. Noch vor einigen Jahren wäre so etwas undenkbar gewesen. In Villen wohnten nur neureiche Araber. Und niemand, der ganz bei Trost war, hätte einen Pelzmantel getragen, selbst bei polarer Kälte nicht. Die erfreuliche Seite dieser falschen oder aufrichtigen Bescheidenheit war natürlich die Schlichtheit. Keine pompösen Feiern zum 15. Geburtstag mit rosa gefärbten Schwänen, keine hochherrschaftlichen Hochzeiten mit vierstöckigen Torten, keine von Orchestern untermalten Partys wie Schoßhündchen wie in anderen Hauptstädten unseres schwelgerischen Kontinents. Die Nüchternheit war ein auffälliger Wesenszug von uns, bis man den Kapitalismus vor ein paar Jahrzehnten von der Leine ließ und es Mode wurde, reich zu sein und danach auszusehen. Aber ich hoffe, wir werden bald zum Altbekannten zurückkehren. Die Mentalität eines Volkes ist zählebig. Ricardo Lagos, der seit Beginn des Jahres 2000 Präsident ist, lebt mit seiner Familie zur Miete in einem Viertel, das sich nicht für etwas Besseres hält. Staatsgäste aus anderen Ländern staunen über sein bescheidenes Haus und noch mehr, wenn sie sehen, dass der Hausherr die Drinks serviert und die First Lady beim Auftragen der Speisen zur Hand geht. Auch wenn die rechte Lagos nicht verzeiht, dass er nicht einer wie sie ist, bewundert sie dort sein schlichtes Auftreten. Der Präsident und seine Gattin sind typische Vertreter einer Mittelklasse alten Schlags. Sie haben keine elitären, religiös geprägten Privatschulen, sondern kostenlose staatliche Schulen und Universitäten besucht, an denen der Unterricht laizistisch und humanistisch geprägt ist. Sie gehören zu jenen Chilenen, für die Gleichheit und soziale Gerechtigkeit grundlegende Werte darstellen und scheinen von der materialistischen Besessenheit der heutigen Zeit unbeleckt. Bleibt zu hoffen, dass ihr Beispiel dazu beiträgt, den zwischen Supermarktregalen verlassenen Einkaufswagen und den Handys aus Holz ein für allemal ein Ende zu machen. Die in meiner Familie so tief verwurzelte Nüchternheit und unser Hang, Freude oder Wohlstand zu verbergen, waren vielleicht ein Ausdruck der Scham, die wir angesichts des uns umgebenden Elends empfanden. Dass wir mehr als andere besaßen, schien uns nicht nur eine gottgegebene Ungerechtigkeit, sondern auch eine Art persönlicher Sünde. Zum Ausgleich mussten wir Buße und gute Werke tun. Die Buße bestand darin, uns werktags von Bohnen, Linsen und Kichererbsen zu ernähren und im Winter zu frieren. Die guten Werke waren eine Aufgabe der Familie, der fast ausschließlich die Frauen nachzukommen hatten. Schon als ganz kleine Mädchen gingen wir an der Hand unserer Mütter oder Tanten, um Kleider und Essen an die Armen zu verteilen. Diese Sitte ist vor etwa 50 Jahren ausgestorben, doch nach wie vor nehmen die Chilenen die Pflicht, dem Nächsten zu helfen, freudig an, wie es sich für ein Land gehört, in dem es nicht an Möglichkeiten dazu mangelt. In Chile gehen Armut und Solidarität Hand in Hand. Zweifellos klafft die Schere zwischen Reich und Arm wie fast überall in Lateinamerika weit auseinander. Aber die Chilenen verfügen, wie arm sie auch sein mögen, über ein vergleichsweise hohes Bildungsniveau, halten sich auf dem Laufenden und kennen ihre Rechte, auch wenn sie sie nicht immer durchsetzen können. Dennoch sind die hässlichen Folgen der Armut allenthalben sichtbar, besonders in Krisensituationen. Dann ist die Großzügigkeit der Chilenen gefragt, die sich am besten an einem Brief illustrieren lässt, den mir meine Mutter im Winter 2002 aus Chile schrieb, als das halbe Land von Überschwemmungen heimgesucht und unter einem Ozean aus Dreckwasser und Schlamm begraben wurde. Es hat seit Tagen geregnet. Plötzlich lässt es nach. Es fällt ein feiner Niesel, der uns weiter durchfeuchtet. Und als der Sprecher des Innenministeriums eben von einer Wetterbösserung redet, kommt der nächste Wolkenbruch und fegt ihm mit einer Böe den Hut vom Kopf. Die Menschen werden wieder hart geprüft. Wir haben das wahre Gesicht des Elends in Chile gesehen. Die Armut, die sich als untere Mittelklasse tarnt und am meisten leidet, weil sie sich Hoffnungen macht. Diese Leute ackern ein Leben lang für ein anständiges Häuschen und die Bauunternehmer betrügen sie. Die Häuser sind von außen sehr hübsch angemalt, Abwasserleitungen gibt es aber keine. Und mit dem Regen stehen sie nicht nur unter Wasser, sondern lösen sich auf wie nasses Brot. Die einzige Ablenkung von der Katastrophe ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Ivan Zamorano, unser Fußballidol, hat eine Tonne Lebensmittel gespendet, ist den ganzen Tag in den überfluteten Vierteln unterwegs, spielt mit den Kindern und verteilt Bälle. Du kannst dir nicht vorstellen, welch leidvolle Szenen sich hier abspielen. Immer trifft es die am härtesten, die am wenigsten haben. Die Zukunft sieht düster aus, durch das Unwetter stehen die Äcker unter Wasser und der Sturm hat ganze Obstplantagen entwurzelt. In Magallanes sterben die Schafe zu Tausenden, sind im Schnee gefangen und den Wölfen ausgeliefert. Natürlich zeigt sich überall die Solidarität der Chilenen. Männer, Frauen und Jugendliche stehen schlammverschmiert bis zu den Knien im Wasser und versorgen die Kinder, verteilen Kleider, stützen ganze Wohnviertel ab, die das Wasser in die Schluchten zu reißen droht. Auf der Plaza Italia ist ein riesiges Zelt aufgebaut. Die Leute werfen im Vorbeifahren Pakete mit Wolldecken und Essen aus dem Auto in die Arme der wartenden Studenten. Das Kulturzentrum Estación Mapoccio ist zu einer riesigen Notunterkunft geworden. Auf der Bühne treten die Künstler von Santiago auf, Rockgruppen und sogar das Symphonieorchester spielen und zwingen die durchfrorenen Leute zum Tanzen, damit sie wenigstens für ein Walchnier Unglück vergessen. Das ist eine harte Lektion in Demut. Der Präsident besucht zusammen mit seiner Frau und den Ministern die Notunterkünfte und spricht den Leuten Trost zu. Das Beste ist, dass die Verteidigungsministerin Michelle Bachelet, deren Vater von der Diktatur ermordet wurde, das Militär aus den Kasernen geholt hat und für die Opfer arbeiten lässt und sie selbst ist mit dem Oberkommandierenden in ein Panzerfahrzeug gestiegen und ist Tag und Nacht unterwegs, um zu helfen. Du siehst, jeder tut, was er kann. Bleibt abzuwarten, was die Banken tun. Die sind in diesem Land so bar jeden Anstands, dass es zum Himmel schreit. Anderer Leute Erfolg macht die Chilenen unausstehlich, doch angesichts fremden Unglücks verhalten sie sich wunderbar. Aller Kleinmut ist vergessen und mit einem Schlag sind sie die solidarischsten und großzügigsten Menschen der Welt. Im Fernsehen finden jedes Jahr mehrere Spendenmarathons statt und die Leute, vor allem die, die wenig haben, stürzen sich in einen wahren Wettstreit darum, wer am meisten gibt. An Gelegenheiten, an das öffentliche Mitgefühl zu appellieren, herrscht kein Mangel in einem Land, das dauernd von Katastrophen heimgesucht wird, die an den Fundamenten des Lebens rütteln, von Sintfluten die ganze Dörfer wegschwemmen, von Riesenwellen die Schiffe mitten auf den Kirchplatz spülen. Wir hängen der Vorstellung an, dass das Leben gefährdet ist und rechnen jeden Moment mit dem Hereinbrechen eines neuen Unglücks. Mein Mann, 1,80 groß und wenig beweglich in den Knien, verstand nicht, warum ich die Gläser und Teller in den untersten Schrankfächern der Küche verstaute, wo er nur drankommt, wenn er sich auf den Rücken legt. Bis nach dem Erdbeben von 1988 in San Francisco alles Geschirr unserer Nachbarn in Scherben lag, unseres jedoch heil geblieben war. Nun muss man nicht meinen, dass wir uns unentwegt in Schuldgefühlen ergehen und gute Werke tun, um die ökonomische Ungerechtigkeit auszugleichen. Keine Spur. Unser Ernst wird durch unsere Freude am Schlemmen mehr als Wett gemacht. In Chile spielt sich das Leben um den Esstisch ab. Die meisten Unternehmer, die ich kenne, sind Diabetiker, denn geschäftliche Treffen schließen Frühstück, Mittagessen oder Abendessen ein. Keiner unterschreibt ein Papier, bevor er nicht wenigstens einen Kaffee mit Keksen oder einen Schnaps zu sich genommen hat. Unter der Woche aßen wir zwar täglich Hülsenfrüchte, aber sonntags sah der Speiseplan anderes vor. Ein typisches Sonntagsessen im Haus meines Großvaters begann mit herzhaften Empanadas, gefüllt mit Fleisch und Zwiebeln, von denen selbst der Magen stärkste Sodbrennen bekommen konnte. Darauf folgte eine Totenerweckungssuppe aus Fleisch, Mais, Kartoffeln und Gemüse. Dann ein üppiges Ragout aus Meeresfrüchten, deren Wohlgeruch das Haus durchströmte und zum Abschluss eine Kollektion unwiderstehlicher Nachspeisen, unter denen die Manja Blanco-Torte nach einem alten Rezept von Tante Cupertina nicht fehlen durfte. All das begossen mit Litern unseres unheilvollen Piskus Sour und vielen Flaschen besten Rotweins, der über Jahre im Keller des Hauses reifte. Bevor wir vom Tisch aufstanden, bekamen wir einen Löffel Magnesiummilch. Fünfmal so viel wurde aufgefahren, wenn ein Erwachsener Geburtstag hatte. Wir Kinder waren solcher Ehre nicht wert. Das Wort Cholesterin fiel nie. Meine Eltern, mittlerweile über 80, verzehren in der Woche 90 Eier, ein Liter Sahne, ein Pfund Butter und die vierfache Menge Käse. Sie sind gesund und rosig wie Säuglinge. Besagte Treffen im Familienkreis boten nicht nur eine vorzügliche Gelegenheit, nach Lust und Laune zu schlemmen und zu trinken, sondern auch, sich bis aufs Messer zu bekriegen. Nach dem zweiten Glas Piskus Sour waren die Schreie und Beschimpfungen meiner Verwandtschaft im ganzen Viertel zu vernehmen. Später ging dann jeder seiner Wege und schwor, nie mehr ein Wort mit den anderen zu wechseln. Am nächsten Sonntag wagte aber keiner fern zu bleiben, weil mein Großvater das nicht verziehen hätte. Wie ich höre, hat sich diese Unsitte in Chile gehalten, obwohl doch sonst manch Althergebrachtes über Bord geworfen wurde. Diese obligatorischen Familienzusammenkünfte waren mir immer ein Gräuel. Dennoch muss ich feststellen, dass ich sie nun im Hochsommer meines Lebens in Kalifornien reproduziere. Mein ideales Wochenende sieht so aus. Das Haus ist voll, es wird für ein Regiment gekocht und der Tag endet mit einem lautstarken Zank. Ernsthafte Auseinandersetzungen zwischen Verwandten fanden hinter geschlossenen Türen statt. Das ist ein Luxus der betuchten Schichten. Die meisten Chilenen können ihn sich nicht leisten. Von der Mittelklasse abwärts leben die Familien dicht gedrängt. In vielen Häusern teilen sich mehrere Personen ein Bett. Selbst wenn es mehr als ein Zimmer gibt, sind die Zwischenwände in aller Regel so dünn, dass man hört, wenn nebenan jemand atmet. Um miteinander zu schlafen, muss man sich an den unglaublichsten Orten verstecken. In öffentlichen Bedürfnisanstalten, unter Brücken, im Zoologischen Garten und so weiter. Auch im günstigsten Fall wird es wohl noch Jahrzehnte dauern, bis jeder über sein Stückchen Privatsphäre verfügt. Sollte es da nicht noble Pflicht der Regierung sein, kostenlose Motels für liebesbedürftige Paare anzubieten? Das würde so mancher Seelenpein vorbeugen. In jeder Familie gibt es Hallodris. Aber die Losung lautet immer, die Reihen um das schwarze Schaf zu schließen und den Skandal zu vermeiden. Wir Chilenen lernen von Kindesbeinen an, dass die schmutzige Wäsche zu Hause gewaschen wird. Und man spricht nicht über Verwandte, die trinken, sich verschulden, ihre Frau schlagen oder im Gefängnis waren. Alles wird vertuscht. Angefangen bei der kleptomanischen Tante bis hin zu dem Vetter, der sich an greise Mütterchen heranmacht, um sie ihre armseligen Ersparnisse zu berauben. Ganz zu schweigen von dem, der als leiser Minnelli verkleidet in einem Kabarett singt. Denn in Chile ist jedwede Originalität bezüglich sexueller Vorlieben unverzeihlich. Eine Schlacht musste geschlagen werden, bis man öffentlich über die Auswirkungen von Aids sprach, weil niemand die Ursachen beim Namen nennen möchte. Auch gibt es keine gesetzliche Regelung zur Abtreibung, eines der gravierendsten Probleme in der Gesundheitsfürsorge des Landes, weil man hofft, wenn man nicht daran rührt, werde das Thema wie von Zauberhand verschwinden. Meine Mutter besitzt ein Tonband mit einer Reihe der delikatesten Histörchen und Skandale der Familie, lässt es mich aber nicht hören, weil sie fürchtet, dass ich den Inhalt verbreite. Sie hat mir versprochen, mir diese Aufzeichnungen nach ihrem Tod zu vererben, wenn sie vor der apokalyptischen Rache ihrer Verwandtschaft endgültig sicher ist. Ich wuchs inmitten von Geheimnissen auf, von Mysterien, Geraune, Verboten, von Angelegenheiten, die niemals erwähnt werden durften. Ich bin den unzähligen Skletten im Schrank zu Dank verpflichtet, denn sie haben den Keim des Schreibens in mich gelegt. In jeder meiner Geschichten versuche ich, das eine oder andere von ihnen zu erlösen. In meiner Familie wurde nicht getratscht. In dieser Hinsicht unterschieden wir uns etwas vom gemeinen Homo chilensis, bei dem es Volkssport ist, über denjenigen herzuziehen, der gerade den Raum verlassen hat. Das ist noch etwas, das die Chilenen von ihren Idolen, den Engländern unterscheidet, bei denen der Anstand jeden persönlichen Kommentar über andere verbietet. Ich kenne einen ehemaligen Soldaten der Royal Army, verheiratet, Vater von vier Kindern und mehrfacher Großvater, der sich zu einer Geschlechtsumwandlung entschloss. Von einem Tag auf den anderen sah man ihn nur noch in Frauenkleidern. Und absolut niemand in seinem englischen Dorf zwischen Fuchs und Hase, wo er seit 40 Jahren lebte, verlor auch nur ein Wort darüber. Wir dagegen haben für das Schlechtmachen unserer Mitmenschen sogar ein eigenes Wort. Rupfen, was sicher vom Hühnerrupfen kommt, also dem Abwesenden das schmucke Federkleid runterreißen. Das führt dazu, dass niemand als erster gehen will und sich die Verabschiedungen an der Tür eine Ewigkeit hinziehen. In meiner Familie wurde die von meinem Großvater aufgestellte Regel, nicht schlecht über andere zu sprechen, indes derart strikt eingehalten, dass er meiner Mutter noch nicht einmal sagte, weshalb er gegen ihre Heirat mit dem Mann war, der mein Vater werden sollte. Es widerstrebte ihm, die Gerüchte zu wiederholen, die über das Gebaren und den Charakter dieses Mannes umliefen, denn er hatte keine Beweise. Und ehe er den Namen des Anwärters mit einer Verleumdung geschmutzte, setzte er lieber die Zukunft seiner Tochter aufs Spiel, die schließlich völlig blauäugig einem Mann das Jahrwort gab, für den sie viel zu schade war. Mit den Jahren habe ich diese Familieneigentümlichkeit abgeschüttelt. Ich habe keine Skrupel, Gerüchte zu wiederholen, hinter jemandes Rücken über ihn zu reden und anderer Leute Geheimnisse in meinen Büchern auszuplaudern. Deshalb redet die Hälfte meiner Verwandten nicht mehr mit mir. Dass die Familie nicht mit einem redet, ist sowieso üblich. Der große Romancier José Donoso sei sich durch familiären Druck dazu genötigt, ein Kapitel aus seinen Memoiren zu streichen, indem er über eine patente Urgroßmutter berichtete, die nach dem Tod ihres Mannes einen illegalen Spielsalon mit entzückenden weiblichen Bedienungen betrieb. Dem Vernehmen nach soll sie den Familiennamen damit derart befleckt haben, dass ihr Sohn nicht Präsident werden konnte. Und ihre Kindeskinder versuchen noch ein Jahrhundert später, sie dem Vergessen anheim zu geben. Wie schade, dass diese Frau nicht zu meiner Sippe gehörte. Mit gerechtfertigtem Stolz hätte ich ihre Geschichte ausgeschlachtet. Wie viele köstliche Romane könnte man schreiben, hätte man eine Urgroßmutter wie diese. Von Tugenden und Untugenden Die Männer in meiner Familie studierten fast alle Jura. Auch wenn ich mich nicht erinnere, dass je einer seinen Abschluss gemacht hätte. Die Chilenen haben eine Schwäche für Gesetze. Je komplizierter, desto besser. Nichts fesselt uns so sehr wie Papierkrieg und Formalitäten. Wenn irgendetwas glatt über die Bühne geht, argwöhnen wir sofort, dass es illegal ist. Ich habe beispielsweise immer daran gezweifelt, dass meine Heirat mit Willi gültig ist, weil die mit zwei Unterschriften in einem Buch binnen fünf Minuten erledigt war. In Chile hätte das mehrere Wochen Auseinandersetzung mit den Behörden bedurft. Die Chilenen sind regelversessen. Es gibt kein besseres Geschäft als ein Notariat. Wir wollen alles mit Brief und Siegel, in mehreren beglaubigten Kopien und mit jeder Menge Stempel. Unsere Gesetzesgläubigkeit geht so weit, dass General Pinochet nicht als Usurpator der Macht, sondern als rechtmäßiger Präsident in die Geschichte eingehen wollte, wofür er die Verfassung ändern musste. Später sah er sich durch eine dieser vielen Ironien der Geschichte in einem Netz von Gesetzen verstrickt, die er selbst geschaffen hatte, um sich seinen Posten für die Ewigkeit zu sichern. Seine Verfassung sah vor, dass er noch weitere acht Jahre im Amt bleiben würde. Er war schon etlicher an der Macht und man 1988 das Volk befragen würde, ob es weiterhin ihn wolle oder Wahlen stattfinden sollten. Er verlor das Plebiszit und im Jahr darauf verlor er die Wahl und musste dem Präsidentenstuhl für seinen Gegner den Kandidaten der Demokraten räumen. Im Ausland kann man den Leuten schwer begreiflich machen, warum die Diktatur endete, die auf die bedingungslose Unterstützung der Streitkräfte, der Rechten und eines nicht unerheblichen Teils der Bevölkerung zählen konnte. Die politischen Parteien waren aufgelöst, es gab keinen Kongress und die Presse wurde zensiert. Wie der General immer wieder versicherte, rührte sich ohne sein Einverständnis kein Blatt im Land. Wie konnte er also durch eine demokratische Wahl gestürzt werden? So etwas ist nur in einem Land wie Chile möglich. In ähnlicher Weise, durch eine Lücke im Gesetz nämlich, versucht man nun ihm und anderen Militärs wegen Menschenrechtsverletzungen den Prozess zu machen, obwohl der oberste Gerichtshof von Pinochet selbst eingesetzt wurde und ein weitreichendes Amnestiegesetz es verhindern sollte, dass er und seine Gefolgsleute für Straftaten während der Regierungszeit zur Rechenschaft gezogen werden. Nun ist es so, dass hunderte Personen damals verhaftet wurden, von denen die Militärs behaupten, sie nicht ermordet zu haben. Da sie jedoch nicht wieder aufgetaucht sind, gelten sie als entführt. Und in diesem Fall verjährt das Delikt nicht, sodass sich die Schuldigen nicht hinter dem Amnestiegesetz verschanzen können. Die Liebe zu den Regeln, wie wirkungslos sie auch sein mögen, findet ihren deutlichsten Niederschlag in dem unüberschaubaren Verwaltungsapparat unseres leidgeprüften Landes. Dieser Apparat ist das Paradies des Dutzend Chilenen oder kleinen Mannes. Darin darf er nach belieben Dösen, muss die Fallstrecke der Fantasie nicht fürchten und kann sich auf seinem Posten bis zum Erreichen des Rentenalters rundum sicher fühlen, sofern er nicht so unvorsichtig ist, etwas ändern zu wollen. So jedenfalls beschreibt es der Soziologe und Schriftsteller Pablo Uneus, der übrigens zu den wenigen exzentrischen Chilenen gehört, die nicht mit meiner Familie verwandt oder verschwägert sind. Der Beamte im öffentlichen Dienst muss von seinem ersten Tag im Büro an begreifen, dass jedes Anzeichen von Initiative ihn die Karriere kosten wird, denn er ist nicht dazu da, sich Lorbeeren zu verdienen, sondern soll in Würde sein persönliches Niveau der Inkompetenz erreichen. Das Hin- und Herschieben von Papieren mit Siegel und Stempel dient nicht dem Lösen von Problemen, sondern dem Verbauen von Lösungen. Würden die Probleme nämlich gelöst, verlöre der Apparat an Macht und viele ehrbare Leute gegen ihre Anstellung verlustig. Werden sie dagegen verschärft, stockt der Staat die Haushaltstitel auf, es werden mehr Leute eingestellt, die Arbeitslosenquote sinkt und alle sind zufrieden. Das Quäntchen Macht, das er hat, lässt der Beamte jeden Spüren, der ihn aufsucht, weil er in dem seinen Feind sieht, ein Gefühl, das ganz auf Gegenseitigkeit beruht. Ich war basserstaunt, dass in den Vereinigten Staaten der Führerschein genügt, um sich im ganzen Land zu bewegen und dass man die meisten Formalitäten auf dem Postweg erledigt. In Chile würde der zuständige Beamte erst einen Beweis dafür verlangen, dass man geboren ist, nicht im Gefängnis sitzt, seine Steuern bezahlt hat, sich in die Wählerlisten hat eintragen lassen und nicht verstorben ist. Denn auch wer mit den Füßen stampft, um zu zeigen, dass er noch lebt, muss ein Überlebenszertifikat vorweisen. Welche Ausmaße muss das angenommen haben, wenn die Regierung ein Büro zur Bekämpfung der Bürokratie eingerichtet hat? Dort können sich die Bürger jetzt über ungebührliche Behandlung und unfähige Beamte beschweren. Selbstverständlich auf gestempelten Papieren in dreifacher Ausfertigung. Als wir kürzlich in einem Reisebus hinüber nach Argentinien wollten, mussten wir anderthalb Stunden warten, bis die Pässe kontrolliert waren. Zu Zeiten der Berliner Mauer in den Osten zu reisen, war einfacher. Kafka war Chile. Ich glaube, unsere Leidenschaft für Regeln ist eine Art Versicherung gegen die Aggressionen, die wir in uns tragen. Ohne die Wirkschraube des Gesetzes würden wir mit Knüppeln aufeinander losgehen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wir zu jedweder Barbarei fähig sind, wenn uns die Zügel aus der Hand gleiten. Daher sind wir auf der Hut und verschanzen uns hinter Stapeln gestempelter Papiere. Wir gehen Konfrontationen möglichst aus dem Weg, suchen den Konsens und stellen Entscheidungen bei jeder sich bietenden Gelegenheit zur Wahl. Wir wählen gern. Wenn sich ein paar drei Käsehochs zum Fußballspielen auf dem Schulhof treffen, schreiben sie als erstes die Regeln auf und wählen einen Präsidenten, einen Sprecher und einen Schatzmeister. Was bei Leibe nicht heißen soll, dass wir tolerant wären. Wir verbeißen uns wie manisch in unsere Ideen. Ich bin ein Paradebeispiel. Die Intoleranz zeigt sich überall. In der Religion, der Politik, der Kultur. Wer immer es wagt, anderer Meinung zu sein, wird mit Dreck beworfen oder lächerlich gemacht, sofern man ihn nicht mit rastischeren Mitteln zum Schweigen bringen kann. An unseren Gepflogenheiten halten wir fest. Darin sind wir konservativ und traditionalistisch und ziehen das bekannte Übel dem kennenzulernenden Guten vor. Aber ansonsten sind wir beständig auf der Jagd nach Neuem. Wir meinen, alles, was aus dem Ausland kommt, sei naturgegeben besser als das unsere. Und wir müssen es ausprobieren. Angefangen beim letzten elektronischen Schnickschnack bis hin zu politischen oder ökonomischen Systemen. Einen großen Teil des 20. Jahrhunderts haben wir damit verbracht, verschiedene Arten von Revolutionen zu testen, haben vom Ultramarxismus zum Turbokapitalismus gewechselt und sämtliche Abstufungen durchlaufen. Die Hoffnung, durch einen Regierungswechsel werde unser Los sich ändern, ist ungefähr so begründet wie die auf einen Hauptgewinn in der Lotterie. Rational ist das nicht. Im Grunde wissen wir nur zu gut, dass das Leben nicht einfach ist. Chile ist ein Erdbebenland. Wie sollten wir da nicht fatalistisch sein? Und wie die Dinge liegen, müssen wir auch ein wenig stoisch sein. Aber die Würde dabei wahren, das müssen wir nicht. Wir dürfen uns nach Herzenslust beklagen. Meine Familie war, glaube ich, gleichermaßen spartanisch wie stoisch. Mein Großvater predigte, ein leichtes Leben verursache Krebs, alles Unkommode dagegen fördere die Gesundheit. Er empfahl kalte Duschen, schwer zu kauendes Essen, Matratzen mit harten Klumpen, die ungepolsterten Bänke der dritten Klasse im Zug und klobige Schuhe. Seine Theorie von der gesunden Unkommodheit wurde von verschiedenen englischen Schulen unterstützt, in denen mich das Schicksal einen großen Teil meiner Jugend verbringen ließ. Wer eine solche Erziehung überlebt, ist später für die unbedeutendsten Freuden dankbar. Ich gehöre zu der Sorte Mensch, die ein stilles Dankgebet murmelt, wenn warmes Wasser aus dem Hahn kommt. Ich erwarte, dass das Dasein problematisch ist. Und wenn ich über Tage weder Kummer noch Sorgen habe, werde ich unruhig, weil das nur bedeuten kann, dass der Himmel ein größeres Ungemach für mich zusammenbraut. Dennoch bin ich nicht vollkommen neurotisch. Im Gegenteil. Man kann gut mit mir auskommen. Ich bin genügsam. Im Allgemeinen reicht ein strahlheißes Wasser aus dem Hahn, um mich glücklich zu machen. Es heißt oft, wir seien Neidhammel, weil wir uns über andere Leute Erfolg ärgern. Letzteres stimmt. Aber der Grund ist nicht Neid, sondern gesunder Menschenverstand. Erfolg ist anormal. Der Mensch ist biologisch für den Misserfolg gemacht. Das sieht man schon daran, dass er Beine anstelle von Rädern, Ellbogen statt Flügel und einen Stoffwechsel anstelle von Batterien besitzt. Wozu vom Erfolg träumen, wenn wir ruhig in unserem Scheitern dahindämmern können? Wozu heute tun, was sich auf morgen verschieben lässt? Oder etwas gut machen, wenn es auch so lala geht? Wir können es nicht ausstehen, wenn ein Landsmann aus der Masse hervorsticht. Es sei denn, er tut es im Ausland, wodurch er sich umgehend in eine Art Nationalheld verwandelt. Der heimische Triumphator dagegen kommt ganz schlecht an. Im Nu sind sich alle stillschweigend einig, dass man ihn von seinem hohen Ross holen muss. Auch für diesen Volkssport haben wir ein Wort, das Jackenhakeln. Den Nächsten an der Jacke packen und nach unten ziehen. Trotz Jackenhakeln und allgemeinem Mittelmaß gelingt es zuweilen jemanden, das Haupt über Normal Null zu erheben. Unser Land hat außergewöhnliche Männer und Frauen hervorgebracht. Die beiden Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda und Gabriela Mistral, die Liedermacher Victor Lara und Violetta Parra, den Pianisten Claudio Arau, den Maler Roberto Mata, den Romancier José Donoso, um nur einige zu nennen. Wir Chilenen finden Gefallen an Beerdigungen, weil uns der Tote keine Konkurrenz mehr machen oder uns hinter unserem Rücken rupfen kann. Wir strömen nicht nur in Massen zur Beisetzung, wo man sich stundenlang die Beine in den Bauch steht, während man mindestens 15 Reden lauscht, sondern begehen auch die Jahrestage des Verstorbenen. Außerdem hören und erzählen wir gerne Geschichten. Je makaberer und trauriger, desto besser. Darin und in unserem Hang zum Schnaps ähneln wir den Iren. Wir sind süchtig nach Telenovelas, weil das Unglück der Figuren einen guten Vorwand liefert, über eigenen Kummer zu weinen. Ich wuchs mit dramatischen Hörfunkserien auf, obwohl Großvater das Radio verboten hatte, das er für Teufelszeug hielt, mit dem Gerüchte und Unflat verbreitet wurden. Deshalb durchlitten Kinder und Dienstmädchen die nimmerendende Serie Das Recht der Geburt, die, wenn mich nicht alles täuscht, über mehrere Jahre lief, in der Küche. Was die Helden im Fernsehen erleben, ist viel wichtiger als das, was in der eigenen Familie passiert, auch wenn man der Handlung zuweilen nur schwer folgen kann. Ein Beispiel. Der Galan verführt eine Frau und verlässt sie, als sie guter Hoffnung ist. Dann vermählt er sich heimlich mit einem hinkenden Mädchen und lässt auch das auf einen Wurm warten, wie wir in Chile sagen, flieht aber wenig später zu seiner eigentlichen Ehefrau nach Italien. Trigamie nennt man das wohl. Unterdessen lässt sich die Hinkende am Bein operieren, geht zum Friseur, erbt ein Vermögen, wird zur Managerin eines großen Unternehmens und lockt neue Verehrer an. Als der Galan aus Italien zurückkehrt und dieses reiche Weib mit den beiden gleich langen Beinen sieht, bereut er seine Niedertracht. Und nun hat der Drehbuchautor ein Problem. Wie soll er diesen Altweiber tut nur entwirren, in den sich seine Geschichte verwandelt hat? Zunächst muss die erste Verführte abtreiben, damit keine Bastarde bleiben, die im Fernsehkanal ziellos umherirren. Dann muss er die unglückliche Italienerin umbringen, damit der Galan, der ja doch der Gute der Serie sein soll, rechtzeitig Witwer wird. Dadurch kann die Ex-Hinkende in Weiß vor den Traualtar treten, obwohl sie einen riesigen Bauch hat und binnen kürzester Zeit einem Kind das Leben schenkt. Einem strammen Jungen, versteht sich. Keiner arbeitet, alle leben von Luft und Liebe und die Frauen tragen schon zum Frühstück künstliche Wimpern und Cocktailkleider. Im Verlauf der Tragödie landen über kurz oder lang fast alle im Krankenhaus. Es gibt Geburten, Unfälle, Vergewaltigungen, Drogensüchtige, Jugendliche, die von zu Hause oder aus dem Gefängnis ausreißen, Blinde, Verrückte, Reiche, die verarmen und Arme, die zu Geld kommen. Es wird viel gelitten. War eine Folge besonders dramatisch, sind tags darauf wegen der Detailanalyse sämtliche Telefonleitungen des Landes belegt. Meine Freundinnen aus Santiago melden R-Gespräche nach Kalifornien an, um mir davon zu erzählen. Gegen die letzte Folge einer Telenovela hätte bloß der Besuch des Papstes eine Chance. Aber bisher war er nur einmal da und es wird wohl keine Wiederholung geben. Neben Beerdigungen, morbiden Geschichten und Telenovelas sorgen auch Verbrechen stets für interessanten Gesprächsstoff. Wir haben eine Schwäche für Psychopathen und Mörder. Erst recht, wenn sie der Oberschicht entstammen. Für Verbrechen des Staates ist unser Gedächtnis kurz. Die kleinen Sünden unserer Nächsten vergessen wir hingegen nie, bemerkte einmal ein bekannter Journalist. Zu den aufsehenerregendsten Morden unserer Geschichte gehört der eines gewissen Herrn Barcelot, der seine Frau tötete, nachdem er ihr schon jahrelang übel mitgespielt hatte und der dann behauptete, es sei ein Unfall gewesen. Er habe sie umarmt, als sich ein Schuss löste, der sie in den Kopf traf. Warum er während der Umarmung mit einer geladenen Pistole auf ihren Nacken zielte, konnte er nicht erklären. Und so führte seine Schwiegermutter einen Racherfeldzug für ihre unglückliche Tochter. Ich kann es ihr nicht verdenken. Ich hätte dasselbe getan. Jene Dame gehörte zur distinguierten Gesellschaft von Santiago und war es gewohnt zu bekommen, was sie wollte. In einem Buch klagte sie ihren Schwiegersohn öffentlich an und nachdem er zum Tode verurteilt worden war, suchte sie den Präsidenten der Republik auf und rührte sich nicht aus dessen Büro, um eine Begnadigung zu verhindern. Barcelot wurde erschossen. Es war das erste und fast einzige Mal, dass ein Angehöriger der Oberschicht hingerichtet wurde, denn diese Strafe war für jene reserviert, die nicht über Verbindungen und gute Anwälte verfügten. Heute ist die Todesstrafe wie in jedem anständigen Land abgeschafft. Für meine Romane waren mir all die Familienanekdoten meiner Kindheit nützlich, die meine Großeltern, meine Onkel und Tanten und meine Mutter erzählten. Was an ihnen Wahres dran ist? Einerlei. Wer sich erinnert, legt keinen Wert auf die nackten Tatsachen. Die Legende genügt. Wie etwa bei der traurigen Geschichte jenes Toten, der meiner Großmutter bei einer ihrer spiritistischen Sitzungen erschien und behauptete, unter der Treppe liege ein Schatz versteckt. Wegen eines Fehlers in den Plänen des Hauses oder wegen der Boshaftigkeit des Gespensts wurde der Schatz nie gefunden, obwohl man das halbe Haus in Trümmer legte. Ich habe versucht herauszufinden, wie und wann sich dieser bedauerliche Vorfall ereignete, aber in meiner Familie werden solche Dinge nicht dokumentiert und wenn ich zu viele Fragen stelle, regen meine Verwandten sich auf. Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, wir hätten nur Fehler. Wir besitzen durchaus auch Tugenden. Moment, mir fällt bestimmt gleich einer ein. Genau. Wir sind beispielsweise ein Volk mit poetischer Seele. Dafür können wir nichts. Das liegt an der Landschaft. Niemand, die in einer Natur wie der unseren geboren wird und lebt, kann es sich verkneifen, Verse zu schreiben. In Chile braucht man nur einen Stein anzuheben und statt einer Eidechse kriecht ein Dichter oder Liedermacher darunter hervor. Wir bewundern und achten sie und ertragen ihre Allüren. Früher rezitierte das Volk auf politischen Kundgebungen lauthals die Verse von Pablo Neruda, die jeder auswendig konnte. Am besten gefielen uns seine Liebesgedichte, denn wir haben einen Hang zur Romantik und auch zur Tragik. Enttäuschung, Verzweiflung, Sehnsucht, Trauer. Unsere Abende sind lang. Vielleicht rührt daher unsere Vorliebe für schwermütige Themen. Wenn einem das Dichten nicht liegt, bleiben immer noch andere Arten der Kunst. Alle Frauen, die ich kenne, schreiben, malen, bildhauern oder widmen sich in ihren raren Musestunden irgendeinem Kunsthandwerk. Die Kunst hat das Stricken ersetzt. Wegen der vielen geschenkten Bilder und Keramiken passt mittlerweile unser Auto nicht mehr in die Garage. Es sollte auch erwähnt werden, dass wir herzlich sind und mit Küssen nicht geizen. Erwachsene geben sich zur Begrüßung einen ehrlichen Kuss auf die rechte Wange, Kinder küssen die Großen zur Begrüßung und zum Abschied und reden sie außerdem wie in China respektvoll mit Onkel und Tante an, auch die Lehrerinnen in der Grundschule. Alte Leute werden erbarmungslos geküsst, ob sie wollen oder nicht. Frauen küssen einander, selbst wenn sie sich nicht ausstehen können und obendrein küssen sie jedes männliche Wesen, das in ihre Reichweite kommt, ohne sich von Alter, sozialer Schicht oder Hygiene abschrecken zu lassen. Nur Männer im Fortpflanzungsfähigen Alter, also etwa zwischen 14 und 70, küssen sich nicht, ausgenommen Vater und Sohn. Aber dafür tätscheln und umarmen sie sich, dass es eine Wonne ist. Die Herzlichkeit zeigt sich in vielen Dingen. Auch darin, dass man jeden hereinbittet, der unangemeldet vorbeischaut oder miteinander teilt, was man hat. Kommen Sie nicht auf den Gedanken, jemandem ein Kompliment über ein Kleidungsstück zu machen, denn sicher zieht er es aus, um es ihnen zu schenken. Bleibt bei Tisch etwas übrig, gebietet es der Anstand, dass man es den Gästen mitgibt, die auch nie mit leeren Händen zu Besuch kommen sollten. Die Gastfreundlichkeit der Chilenen ist überhaupt augenfällig. Die kleinste Andeutung genügt und wir öffnen unsere Arme und die Türen unserer Häuser. Viele Ausländer erzählen, dass sie jemanden nach dem Weg fragten und dann von dem Angesprochenen persönlich hingebracht wurden. Und falls man sehr verloren wirkt, kann es vorkommen, dass ein der Betreffende kurzerhand zu sich nach Hause einlädt und einem Essen und notfalls sogar eine Bettstadt anbietet. Ich muss allerdings zugeben, dass meine Familie nicht besonders freundlich war. Einer meiner Onkel duldete es nicht, dass jemand in seiner Nähe atmete und mein Großvater ging mit dem Stock auf das Telefon los, weil er es als Mangel an Respekt empfand, wenn ihn jemand ohne sein Einverständnis anrief. Er lag mit dem Briefträger über Kreuz, weil der ihm Post brachte, um die er nicht gebeten hatte und öffnete keine Briefe, deren Absender nicht sichtbar auf dem Umschlag prangte. Meine Verwandtschaft fühlte sich dem Rest der Menschheit überlegen, wobei mir die Gründe schleierhaft sind. Nach der Denkschule meines Großvaters konnten wir nur unseren nahen Verwandten vertrauen. Der Rest der Menschheit war verdächtig. Der Mann war glühender Katholik, jedoch ein Feind der Beichte, weil die Priester sein Misstrauen weckten und er überzeugt war, er könne sich selbst mit Gott über die Vergebung seiner Sünden verständigen und die seiner Frau und seiner Kinder in einem Aufwasch zur Sprache bringen. Diesem unerklärlichen Höherwertigkeitskomplex zum Trotz wurden Gäste, wie gewöhnlich sie auch sein mochten, bei uns immer gut aufgenommen. In dieser Hinsicht ähnelt die Chileen den arabischen Wüstenbewohnern. Der Gast ist heilig und Freundschaft ist, einmal erklärt, ein unauflösliches Band. Wer eine Wohnung, ob reich oder arm, betritt, muss bereit sein, etwas zu essen oder zu trinken anzunehmen und sei es auch nur ein Teechen. Auch das ist Sitte bei uns. Da Kaffee immer rar und teuer war, selbst Nescafé war ein Luxus, tranken wir mehr Tee als die Bevölkerung Asiens. Aber auf meiner letzten Reise habe ich mit Entzücken festgestellt, dass endlich die Kaffeekultur Einzug gehalten hat und inzwischen jeder, der ihn zu zahlen bereit ist, Espresso und Cappuccino wie in Italien bekommen kann. Zur Beruhigung potenzieller Touristen sollte ich außerdem erwähnen, dass die öffentlichen Toiletten tadellos sind und man überall Wasser in Flaschen bekommt. Es ist also nicht mehr wie früher unvermeidlich, dass einen nach dem ersten Schluck Wasser der Durchfall plagt. Ein wenig bedauere ich das. Denn wer mit chilenischem Wasser groß geworden ist, dem kann kein Bakterium, ob von nah oder fern, etwas anhaben. Ich kann ohne sichtbare Auswirkung auf meine Gesundheit Wasser aus dem Ganges trinken. Dagegen braucht sich mein Mann nur einmal außerhalb der Vereinigten Staaten die Zähne zu putzen und schon geht's ihm schlecht. Mit Tee sind wir in Chile nicht etepetete und finden jede dunkle Brühe mit etwas Zucker köstlich. Außerdem gibt es unzählige heimische Kräuter, denen Heilkräfte zugeschrieben werden und wenn einer wirklich gar nichts hat, bleibt immer noch das Hundewässerchen, was einfach heißes Wasser in einer Tasse mit angestoßenem Rand ist. Als erstes bieten wir dem Gast ein Teechen, ein Wässerchen oder ein Weinchen an. Wir reden in die Minutiven, die angemessene Form, wenn man nicht auffallen will und Angeberei fürchterlich findet, selbst sprachliche. Danach offerieren wir, was der Topf beschieden hat, was bedeuten kann, dass die Gastgeberin ihren Kindern das Stück Brot aus der Hand nimmt, um es dem Besuch zu geben, der es annehmen muss. Ist man ausdrücklich eingeladen worden, darf man ein überreiches Bankett erwarten. Es soll sichergestellt werden, dass die Tischgäste in den nächsten Tagen keinen Bissen mehr runterkriegen. Die undankbaren Aufgaben der Bewirtung sind natürlich Frauensache. Zurzeit ist der kochende Mann en vogue. Eine Heimsuchung, denn während er die Lorbeeren einheimst, ist die Frau mit Bergen schmutziger Töpfe und Teller geschlagen. Die typische chilenische Küche ist schlicht, denn Erde und Meer sind großzügig. Nirgends gibt es schmackhafteres Obst oder Meeresgetier als bei uns, das dürfen Sie mir glauben. Je schwieriger es ist, Zutaten zu bekommen, desto ausgefeilter und pikanter ist das Essen, wie man in Mexiko oder Indien feststellen kann, wo es 300 Arten gibt, Reis zu kochen. Uns erscheint die eine, die wir kennen, völlig ausreichend. Die Kreativität, die wir nicht brauchen, um ausgefallene Gerichte zu erfinden, verwenden wir auf die Namensgebung, bei der dem Ausländer Übles schwanen kann. Irre im Teigmantel, Kopfkäse, Blutbrät, Brathirn, Damenfinger, Königinnenarm, Nonnenseufzer, Wickelkinder, kaputte Hosen, Affenschwanz, etc. Wir haben Humor und lachen gern. Aber im Grunde ist uns der Ernst lieber. Über der Sommers, wie Winters, Mantel und Schal trug, sagten die Leute bewundernd, wie traurig Don Jorge wieder ist. Das war beruhigend, denn wir fühlten uns gut aufgehoben, in den Händen eines ernsten Mannes oder besser noch eines depressiven Alten, der seine Zeit nicht mit Frohsinn vertändelte. Was nichts daran ändert, das Pech uns erheitert. Es reizt uns zum Lachen, wenn etwas schief geht. Und da wir immer meinen, alles ginge schief, lachen wir oft. Das kompensiert ein wenig unseren Hang über alles und jeden zu klagen. Die Popularität einer Person bemisst sich daran, wie viele Witze über sie kursieren. Angeblich hat Salvador Allende Witze über sich selbst erfunden und in Umlauf gebracht, darunter einige nicht ganz jugendfreie. Ich hatte über mehrere Jahre eine Sendung im Fernsehen und eine Kolumne in einer Zeitschrift, über die man lachen sollte und die geduldet wurden, da es kaum Konkurrenz gab in einem Land, in dem selbst die Clowns melancholisch sind. Als ich Jahre später in Venezuela mit einer ähnlichen Kolumne begann, wurde die gar nicht gut aufgenommen und ich machte mir einen Haufen Feinde, denn der venezolanische Humor ist zurückhaltender und weniger schonungslos. In meiner Familie sind grobe Scherze gang und gäbe, aber unser Humor entbiert der Finesse. Wir verstehen bloß die Witze über Don Otto, einen deutschen Einwanderer, den hier zum Beispiel. Einem überaus eleganten Fräulein entschlüpft ein Darmwind und um das zu vertuschen, stampft sie mit den Füßen, worauf Don Otto auf Spanisch mit deutschem Akzent zu ihr sagt, und wenn du auch steppst, dass die Fetzen fliegen, den Ton von deinem Podix wirst du nie hinkriegen. Während ich das hinschreibe, lache ich Tränen. Ich habe versucht, es meinem Mann zu übersetzen, der Reim will mir aber nicht gelingen und rassistische Witze sind in Kalifornien aus Prinzip nicht lustig. Ich bin mit Witzen über Galizier, Juden und Türken aufgewachsen. Unser Humor ist schwarzer Humor. Wir machen uns über jeden lustig, sei es, wer es sei. Taubstumme, geistig Behinderte, Epileptiker, Farbige, Homosexuelle, Priester, Pöbel, egal. Wir kennen Witze über sämtliche Religionen und Rassen. Als ich zum ersten Mal den Ausdruck Politically Correct hörte, war ich 45 und es ist mir nicht möglich gewesen, meinen Freunden und Verwandten in Chile zu erklären, was das bedeuten soll. Einmal wollte ich in Kalifornien einen dieser Hunde erwerben, die als Blindenhunde ausgebildet, dann aber nicht genommen werden, weil sie die schwierigen Prüfungen nicht bestehen. In meinem Bittbrief hatte ich die schlechte Idee zu schreiben, dass ich mich für einen der abgelehnten Hunde interessierte und bekam postwendend zur Antwort, den Begriff abgelehnt benutze man nicht. Es heiße, das Tier habe die Laufbahn gewechselt. Wie soll man das jemand in Chile erklären? Meine gemischte Ehe mit einem amerikanischen Gringo ist bislang kein völliger Reihenfall. Wir vertragen uns, obwohl wir die meiste Zeit keinen Schimmer haben, worüber der andere redet, weil wir immer bereit sind, den Zweifel zu seinen Gunsten walten zu lassen. Hinderlich ist vor allem, dass wir nicht denselben Humor haben. Willi kann nicht glauben, dass ich auf Spanisch durchaus amüsant sein kann und ich weiß nie, worüber zum Teufel er lacht. Gleichermaßen erheitert es uns nur, wenn George W. Bush ohne Manuskript zu reden versucht. Wo das Heimweh entspringt Ich habe häufig gesagt, dass meine Sehnsucht nach daheim mit dem Militärputsch von 1973 begann, durch den sich mein Land so sehr veränderte, dass ich es nicht mehr wiedererkannte. Doch tatsächlich muss sie viel früher eingesetzt haben. Meine Kindheit und Jugend waren von Reisen und Abschieden geprägt. Noch ehe ich an einem Ort Wurzeln geschlagen hatte, hieß es schon wieder, die Koffer zu packen und woanders hin aufzubrechen. Ich war neun Jahre alt, als ich das Haus meiner Kindheit verließ und mich todtraurig von meinem Großvater verabschiedete. Damit mir die Fahrt nach Bolivien nicht lang würde, schenkte mir Onkel Ramon eine Weltkarte und eine Ausgabe der gesammelten Werke von Shakespeare in spanischer Übersetzung, die ich hastig verschlang, etliche Male wiedergelesen habe und noch heute aufbewahre. Ich geriet in den Bann von eifersüchtigen Ehemännern, die ihre Frauen wegen eines Taschentuchs ermorden, von Königen, die ihren Feinden Gift ins Ohr träufeln und von Liebenden, die sich das Leben nehmen, weil ihre Kommunikation mit Mängeln behaftet ist. Wie anders hätte das Los von Romeo und Julia ausgesehen, hätten sie ein Telefon besessen. Shakespeare eröffnete mir eine Welt von Geschichten voller Blut und Leidenschaft. Ein gefährlicher Weg für uns Schriftsteller, die wir in der Epoche des Minimalismus leben müssen. An dem Tag, als wir im Hafen von Valparaiso ein Schiff nach Antofagasta bestiegen, um von dort aus mit dem Zug weiter nach La Paz zu fahren, bekam ich von meiner Mutter ein Notizbuch und den Rat, ein Reisetagebuch zu beginnen. Seither habe ich fast täglich geschrieben. Es ist meine am tiefsten eingewurzelte Gewohnheit geworden. Während der Zug dahin rumpelte und die Landschaft sich wandelte, riss etwas in mir in zwei. Zwar war ich neugierig auf das Unbekannte, das vor meinen Augen vorbeizog, doch zugleich nistete sich eine tiefe Traurigkeit in mir ein. In den kleinen bolivianischen Dörfern, in denen der Zug hielt, kauften wir von den Indianerinnen in ihren bunten Wollröcken und schwarzen Bowlerhüten, wie man sie von englischen Bankiers kennt, Maiskolben, Hefebrötchen, köstliches Zuckerzeug und schwarze Kartoffeln, die aussahen wie vergammelt. Penibel wie ein Buchhalter notierte ich alles in meinem Heft, als hätte ich schon damals geahnt, dass mich nur das Schreiben in der Wirklichkeit verankern konnte. Durch die eingestaubten Scheiben sah die Welt verschwommen aus und verzerrt von der Eile der Reise. Diese Tage regten meine Fantasie an. Ich hörte Geschichten von Geistern und Dämonen, die in den verlassenen Dörfern umgingen, von Mumien, die aus entweiten Gräbern geraubt worden waren, von Bergen menschlicher Schädel, von denen manche 50.000 Jahre alt sind und die heute in einem Museum liegen. Mit eigenen Augen sah ich erstmals diese Einöde, durch die die ersten Spanier im 16. Jahrhundert aus Peru nach Chile gekommen waren. Und das war etwas anderes als die trockenen Lektionen im Geschichtsunterricht. Ich malte mir aus, wie eine Handvoll Recken in rotglühenden Rüstungen monatelang hier gewandert war, stellte mir ihre erschöpften Pferde vor, ihren von Trugbildern heimgesuchten Blick und ihr Gefolge von tausend gefangenen Indios, die Proviant und Waffen schleppten. Welcher Mut und wahnwitzige Ehrgeiz musste sie zu dieser Strapaze getrieben haben? Meine Mutter las uns etwas über die untergegangenen Indianervölker der Atacama-Wüste vor und auch über die Quechua und Aymara, mit denen wir in Bolivien zusammenleben würden. Auch wenn ich es damals nicht ahnen konnte, begann mit dieser Reise mein Leben als Vagabundin. Das Tagebuch existiert noch. Mein Sohn hat es versteckt und will es nicht herausrücken, weil er weiß, dass ich es vernichten würde. Ich habe vieles bereut, was ich in meinen jungen Jahren geschrieben habe. Haarsträubende Gedichte, tragische Geschichten, Selbstmordankündigungen, nie abgeschickte Liebesbriefe an unerreichbare Traumprinzen und vor allem dieses kitschige Tagebuch. Vorsicht! Wer auch immer an ein Leben als Schriftsteller denkt, sollte wissen, nicht alles, was man schreibt, ist es wert, zu Nutz und Frommen der Nachwelt bewahrt zu werden. Als sie mir jenes Heft gab, fühlte meine Mutter wohl voraus, dass ich meine chilenischen Wurzeln verlieren und in Ermangelung eines anderen Ortes auf dem Papier würde neue schlagen müssen. So begann mein Schreiben. Ich schrieb Briefe an meinen Großvater, an Onkel Pablo und an die Eltern einiger Freundinnen, geduldige Herrschaften, denen ich meine Eindrücke von La Paz schilderte, seine braunen Berge, seine verschlossenen Indios und seine Luft, die so dünn ist, dass die Lunge sich jederzeit mit Schaum und der Kopf mit Wahnbildern füllen kann. An Kinder in meinem Alter schrieb ich nicht, nur an Erwachsene, weil die mir antworteten. Als Kind und Jugendliche folgte ich dem Diplomatenschicksal des dunklen Mannes mit dem Schnurrbart, den mir die Zigeunerinnen immer wieder geweissagt hatten. Und es verschlug mich nach Bolivien und in den Libanon. Ich lernte etwas Französisch und Englisch und auch, wie man, ohne Fragen zu stellen, verdächtig aussehendes Essen verdrückt. Meine schulische Ausbildung war, gelinde gesagt, chaotisch, aber ich kompensierte die riesigen Wissenslücken, indem ich mich mit der Gier eines Piranhas über alles gedruckte in meiner Reichweite hermachte. Ich reiste auf Schiffen, in Flugzeugen, Zügen und Autos und schrieb dabei unablässig Briefe, in denen ich das, was ich sah, mit meinem einzigen und immerwährenden Referenzpunkt verglich. Chile. Ich trennte mich nie von meiner Taschenlampe, mit der ich noch unter den widrigsten Umständen lesen konnte, und von meinem Heft, in dem ich mein Leben notierte. Nach zwei Jahren in La Paz brachen wir mit Sack und Pack in den Libanon auf. In den Jahren in Beirut war ich von allem abgeschnitten, eingesperrt im Haus und in der Schule. Wie ich Chile vermisste. In einem Alter, in dem andere Mädchen Rock'n'Roll tanzten, las und schrieb ich Briefe. Von Elvis hörte ich erst, als er schon fett war. Ich trug ein strenges, graues Kleid, um meine Mutter zu ärgern, die immer elegant und kokett gewesen ist, und träumte mit offenen Augen von Prinzen, die aus den Sternen fallen sollten, um mich aus einem Allerwelt-Dasein zu erlösen. Während der Pausen in der Schule verschanzte ich mich im letzten Winkel des Hofs hinter einem Buch, um meine Schüchternheit zu überspielen. Das Abenteuer Libanon fand 1958 ein jähes Ende, als nordamerikanische Marines der 6. Flotte an Land gingen, um in den Bürgerkrieg einzugreifen, in dem das Land wenig später versinken sollte. Die Kämpfe waren Monate zuvor ausgebrochen, man hörte Schüsse und Schreie, auf den Straßen herrschte Verwirrung und Angst hing in der Luft. Die Stadt war in religiöse Sektoren aufgeteilt, die sich in einem über Jahrhunderte aufgestauten Groll gegenüberstanden und die Ordnung wurde nur mühsam vom Militär aufrechterhalten. Eine nach der anderen schlossen die Schulen, nur meine nicht, weil unsere phlegmatische Direktorin meinte, dieser Krieg gehe sie nichts an, da Großbritannien ja nicht darin verwickelt war. Leider wehrte dieser interessante Zustand nur kurz. Erschrocken darüber, wie erbittert die Auseinandersetzung zu werden begann, schickte Onkel Ramon meine Mutter mit dem Hund nach Spanien und die Kinder zurück nach Chile. Später wurde er zusammen mit meiner Mutter in die Türkei entsandt und wir Kinder blieben in Santiago. Meine Brüder in einem Internat und ich bei meinem Großvater. Als ich mit 15 nach Santiago zurückkam, fand ich mich schwer zurecht. Denn durch meine Jahre im Ausland war der Kontakt zu meinen Freunden von früher und zu meinen Cousins und Cousinen abgerissen. Außerdem hatte ich einen merkwürdigen Akzent, was in Chile ein Problem ist, weil sich die Leute über ihre Art zu sprechen ja in ihre soziale Schicht einordnen. Das Santiago der späten 50er Jahre kam mir ziemlich provinziell vor. Immerhin hatte ich die Pracht Beiruts gesehen, das damals als das Paris des Nahen Ostens gerühmt wurde. Aber das soll keineswegs heißen, dass Santiago einem gemächlichen Rhythmus folgte, denn schon damals war es eine hektische Stadt, in der das Leben unbequem und schwierig war, die Bürokratie erdrückend und der Arbeitstag sehr lang. Doch ich war bei meiner Ankunft entschlossen, die Stadt in mein Herz zu schließen. Ich hatte es satt, mich von Orten und Menschen zu verabschieden, wollte Wurzeln schlagen und nie mehr weggehen. Verliebt habe ich mich in das Land wohl wegen der Geschichten, die mir Großvater erzählte und wegen der Art, wie er mit mir den Süden bereiste. Er gab mir Nachhilfe in Geschichte und Geografie, zeigte mir Landkarten, drängte mich heimische Autoren zu lesen, korrigierte meine Grammatik- und Orthographiefehler. Geduld besaß er keine, Strenge dafür mehr als genug. Meine Fehler trieben ihn zur Weißglut, aber wenn er zufrieden mit mir war, belohnte er mich mit einem Stück Camembert, der in seinem Kleiderschrank reifte. Wenn er die Tür öffnete, wehte der Geruch nach gammeligen Soldatenstiefeln bald durchs ganze Viertel. Großvater und ich kamen gut miteinander aus, weil wir beide gerne schwiegen. Wir konnten Stunden Seite an Seite verbringen, lesen oder den Regen vor dem Fenster betrachten und mussten nicht um des Redens willen reden. Ich glaube, wir empfanden Sympathie und Respekt füreinander. Dieses Wort Respekt schreibe ich mit einem gewissen Zögern, denn mein Großvater war autoritär und ein Macho, gewohnt, Frauen wie zarte Blumen zu behandeln und er wäre nie auf die Idee gekommen, sie aufgrund ihres Verstandes zu respektieren. Ich war ein düsteres und rebellisches Gör, das sich mit ihm von gleich zu gleich stritt. Das weckte seine Neugier. Wenn ich dieselben Rechte auf Freiheit und Ausbildung forderte wie meine Brüder, lächelte er amüsiert, aber wenigstens hörte er mir zu. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass er das Wort Macho zum ersten Mal aus meinem Mund hörte. Er wusste nicht, was es bedeuten sollte und als ich es ihm erklärte, starb er fast vor Lachen. Dass es für die männliche Autorität, die so naturgegeben war wie die Luft zum Atmen, eine eigene Bezeichnung geben sollte, schien ihm ein einfältiger Scherz. Als ich diese Autorität in Frage zu stellen begann, fand er das nicht mehr lustig. Aber dass ich so stark und unabhängig sein wollte wie er und nicht ein Opfer der Umstände wie meine Mutter, verstand er wohl und vielleicht bewunderte er es sogar. Fast hätte ich es geschafft, wie mein Großvater zu sein. Doch dann verriet mich die Natur. Mir wuchsen Brüste. Kaum größer als zwei Pflaumen auf den Rippen und mein Vorhaben war beim Teufel. Der Ausbruch der Hormone war ein Desaster für mich. Binnen weniger Wochen wurde aus mir eine kleine voller Komplexe, loderten in meinem Kopf die romantischsten Träume, hatte ich nur noch Gedanken dafür, wie sich das andere Geschlecht anlocken ließe. Keine leichte Aufgabe, denn ich entbehrte jeden Liebreizes und war überdies fast immer zornig. Ich konnte meine Verachtung für die meisten Jungen, mit denen ich zu tun hatte, nicht verhehlen, denn es schien mir auf der Hand zu liegen, dass ich klüger war als sie. Ich brauchte Jahre, bis ich gelernt hatte, mich dumm zu stellen, damit die Männer sich überlegen fühlen. Was für eine Plackerei! In diesen Jahren war ich hin und her gerissen zwischen den feministischen Ideen, die in meinen Kopf rumorten, ohne dass ich sie in verständlicher Weise hätte ausdrücken können, weil in meiner Umgebung über so etwas niemals gesprochen wurde und dem Wunsch, wie die anderen Mädchen in meinem Alter zu sein, akzeptiert, begehrt, erobert, beschützt zu werden. Mein armer Großvater war auserkoren, sich mit der unglücklichsten Halbwüchsigen in der Geschichte der Menschheit herumzuschlagen. Nichts, was der arme alte Mann mir sagte, konnte mich trösten. Nicht, dass er viel gesagt hätte. Manchmal brummelte er, für eine Frau sei ich doch ganz passabel, was nichts daran änderte, dass ich ihm als Mann lieber gewesen wäre, weil er dann mit mir in seiner Werkstatt hätte hantieren können. Immerhin schaffte er sich durch eine einfache Maßnahme mein graues Kleid vom Hals, indem er es im Hof verbrannte. Ich machte zwar ein Gezeter, aber im Grunde war ich ihm dankbar, obwohl ich überzeugt war, dass mich mit oder ohne das graue Vogelscheuchen gewandt, nie ein Mann ansehen würde. Und doch geschah wenige Tage später ein Wunder. Mein erster Junge erklärte sich mir, Miguel Frias. Ich war so verzweifelt, dass ich mich an ihn klammerte wie ein Krebs und ihn nicht mehr losließ. Fünf Jahre später heirateten wir, bekamen zwei Kinder und blieben 25 Jahre zusammen. Aber ich sollte nicht vorgreifen. Zu jener Zeit hatte mein Großvater die Trauer abgelegt und wieder geheiratet. Diesmal eine Matrone von imperialem Äußeren, in deren Adern etwas vom Blut jener deutschen Einwanderer floss, die im 19. Jahrhundert aus dem Schwarzwald gekommen waren, um den Süden zu besiedeln. Verglichen mit ihr sahen wir aus wie Wilde und benahmen uns auch so. Sie war eine imposante Walküre, groß, weiß, blond, ausgestattet mit einem stolzen Bug und einem bemerkenswerten Heck. Sie musste es hinnehmen, dass ihr Mann im Schlaf den Namen seiner ersten Frau murmelte und sich mit der angeheirateten Familie herumschlagen, in der sie nie ganz akzeptiert wurde und die ihr das Leben bisweilen zur Hölle machte. Ich bedauere das, denn ohne sie wäre der Patriarch im Alter sehr einsam gewesen. Sie war eine hervorragende Hausfrau und Köchin. Außerdem war sie herrisch, unermüdlich, sparsam und unfähig, den schrägen Sinn für Humor in meiner Familie zu begreifen. Unter ihrem Regiment wurden die ewigen Bohnen, Linsen und Kichererbsen aus der Küche verbannt. Sie bereitete köstliche Gerichte zu, die von ihren Stiefkindern unter Chilisauce begraben wurden, ehe sie einen Bissen davon probiert hatten. Auch bestickte sie kunstvoll Handtücher, die von eben diesen Kindern dazu benutzt wurden, sich den Schlamm von den Schuhen zu wischen. Die Sonntagsessen mit diesen Barbaren müssen eine einzige Quälerei für sie gewesen sein. Aber sie behielt die Tradition über Jahrzehnte bei, um uns zu beweisen, dass wir sie einerlei, was wir taten, niemals bezwingen würden. In diesem Wettstreit des Willens hat sie uns um Längen geschlagen. Jene würdevolle Dame hatte keinen Anteil an der Komplizenschaft zwischen meinem Großvater und mir. Aber wenn wir abends bei ausgeschalteten Lampen Horror Hörspiele im Radio hörten, saß sie mit uns zusammen und strickte ungerührt im Dunkeln, während wir vor Angst und vor Lachen fast vergingen. Der alte Mann hatte sich mit den Kommunikationsmitteln versöhnt und besaß ein vorsinnflutliches Radio, das er alle Nase lang reparieren musste. Mithilfe eines Meisters hatte er eine Antenne installiert und auch einige mit einem Metallrost verbundene Kabel gelegt, um Mitteilungen von Außerirdischen zu empfangen, weil meine Großmutter ja nicht mehr zur Hand war, um sie in ihren Sitzungen zu beschwören. In Chile gibt es die Institution des Meisters, wie wir jeden Kerl niemals eine Frau nennen, der eine Kneifzange und Draht sein Eigen nennt. Arbeitet er mit primitivsten Mitteln, nennen wir ihn liebevoll Meister Reisig, andernfalls schlicht Meister. Ein Ehrentitel vergleichbar mit Herr Doktor. Mit seiner Zange und dem Draht kann ein solches Männlein von einem simplen Handwaschbecken bis zu einer Flugzeugturbine alles reparieren. Seine Kreativität und Kühnheit machen vor nichts Halt. Während seines langen Lebens musste mein Großvater nur selten einen solchen Spezialisten zurate ziehen, denn er konnte nicht nur jedweden Schaden selbst beheben, sondern stellte auch das dafür nötige Werkzeug her. Aber im Alter, als er sich nicht mehr bücken und nicht mehr schwer heben konnte, hatte er einen Meister, der ihn besuchte, um mit ihm zusammen in den Pausen zwischen Gin und Gin zu arbeiten. In den Vereinigten Staaten, wo Arbeit teuer ist, hat die Hälfte der männlichen Bevölkerung eine Garage voller Werkzeug und lernt von Kindesbeinen an, wie man eine Gebrauchsanleitung liest. Mein Mann, von Haus aus Anwalt, besitzt eine Pistole, die Nägel verschießt, eine Maschine, die Steine schneidet und eine andere, die durch einen Schlauch Zemmeln speit. Unter den Schilenen war mein Großvater eine Ausnahme, weil von der Mittelklasse aufwärts niemand etwas mit einer Gebrauchsanleitung anzufangen weiß und man sich die Hände nicht mit Motoröl schmutzig macht. Dafür gibt es die Meister, die mit einfachsten Mitteln und geringstem Aufwand die findigsten Lösungen ersinnen. Einmal sprach ich mit einem, der bei dem Versuch, ein Fenster wieder gangbar zu machen, aus dem neunten Stock gefallen und wie durch ein Wunder unverletzt geblieben war. Sich die geprellten Glieder reibend, bestieg er den Aufzug, um sich dafür zu entschuldigen, dass ihm der Hammer zerbrochen war. Einen Sicherungsgut zu benutzen oder eine Entschädigung zu kassieren, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Hinten im Garten meines Großvaters stand ein Häuschen, sicher ursprünglich für ein Dienstmädchen gedacht, in dem ich untergebracht wurde. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich einen Raum für mich und meine Ruhe, ein Luxus, nachdem ich süchtig wurde. Tagsüber lernte ich und nachts las ich Science Fiction Hefte, die ich gegen einige Centavos am Kiosk an der Ecke auslieh. Wie alle Halbwüchsigen im Chile jener Zeit lief auch ich, um Eindruck zu schinden, mit dem Zauberberg und dem Steppenwolf unter dem Arm herum. Ich erinnere mich nicht, sie gelesen zu haben. Chile ist wahrscheinlich das einzige Land, in dem Thomas Mann und Hermann Hesse ewige Bestseller sind. Auch wenn mir rätselhaft ist, was wir etwa mit Narziss und Goldmund gemeinsam haben sollten. In Großvaters Bibliothek stieß ich auf eine Sammlung russischer Romane und auf sämtliche Bücher von Henri Troia, der dicke Familiensagas über das Leben in Russland vor und während der Revolution geschrieben hat. Ich habe sie wieder und wieder gelesen und Jahre später meinen Sohn Nikolas genannt, nach einer Figur bei Troia, einem jungen Bauern, strahlend wie die Sonne am Mittag, der sich in die Frau seines Lebensherrn verliebt und sein Leben für sie hingibt. Die Geschichte ist so romantisch, dass ich noch jetzt, bei der Erinnerung daran, in Tränen zerfließen könnte. So waren und sind meine liebsten Bücher. Figuren voller Leidenschaft, edle Beweggründe, kühne und mutige Taten, Idealismus, Abenteuer und, wenn möglich, ferne Weltgegenden mit fürchterlichem Klima, wie Sibirien oder irgendeine afrikanische Wüste, also Orte, an die ich nie und nimmer zu Reisen gedenke. Seefierumwehte Inseln, die einen im Urlaub erfreuen, sind in der Literatur ein Unding. Ich schrieb täglich an meine Mutter in der Türkei. Die Briefe brauchten zwei Monate, aber das hinderte uns nicht, weil wir beide eine Schwäche für das Genre des Briefs hegen. Wir haben uns 45 Jahre lang, fast jeden Tag geschrieben und einander versprochen, dass beim Tod der einen, die andere, den Berg der gesammelten Briefe vernichtet. Ohne diese Garantie könnten wir nicht befreit schreiben. Ich möchte mir das Drama nicht ausmalen, sollten diese Briefe, in denen wir kein gutes Haar an unseren Verwandten und dem Rest der Welt lassen, je in indiskrete Hände fallen. Ich erinnere mich der Winter meiner Jugend, wenn der Regen den Hof überflutete und sich das Wasser unter der Tür in mein Häuschen drückte, wenn der Wind damit drohte, das Dach zu rauben und Blitze und Donner die Welt erschütterten. Hätte ich mich den ganzen Winter dort einschließen und lesen können, ich wäre wunschlos glücklich gewesen. Aber nein, ich musste zur Schule. Ich hasste es, abgehetzt und angespannt auf dem Bus zu warten und dabei nie zu wissen, ob ich unter den Glücklichen sein würde, die es schafften, ihn zu entern, oder unter den Geschlagenen, die zurückblieben und auf den Nächsten warten mussten. Die Stadt war gewachsen und von einem Punkt zum anderen zu kommen, schwierig. Einen Bus, Mikro, zu nehmen, war etwas für Leute mit selbstquälerischen Tendenzen. Man stand da, manchmal im Regen und mit den Füßen in einer Schlamffütze, unter zwei Dutzend anderen, die genauso verzweifelt waren wie man selbst, wartete stundenlang und wenn das Gefährt schließlich hustend und rußwolkenausstoßend herannahte, musste man wie eine Ziege hochspringen, um sich an einer Haltestange oder den Kleidern anderer Fahrgäste festzuklammern, denen es gelungen war, die Füße in die Tritte der offenen Tür zu stellen. Das hat sich natürlich geändert. 40 Jahre sind seither vergangen und Santiago ist eine völlig andere Stadt geworden. Heute sind die Mikros schnell, modern und zahlreich. Ärgerlich ist nur, dass die Fahrer alles daran setzen, als Erste an der Haltestelle zu sein und möglichst viele Fahrgäste einzufangen, weshalb sie ohne Rücksicht auf Verluste durch die Straßen jagen. Schulkinder sind ihnen ein Dorn im Auge, weil sie weniger zahlen und alte Leute brauchen ihnen zu lang zum Ein- und Aussteigen. Also machen sie nach Möglichkeit einen Bogen um sie. Wer das Temperament der Chilenen kennenlernen möchte, der sollte in Santiago öffentliche Verkehrsmittel benutzen und mit dem Bus über Land fahren. Das ist sehr aufschlussreich. In die Mikros steigen blinde Sänger ein, Verkäufer von Nadeln, Kalendern, heiligen Bildchen und Blumen, auch Zauberer, Jongleure, Diebe, Verrückte und Bettler. Auf der Straße wirken die Chilenen häufig schlecht gelaunt und vermeiden Blickkontakte. Doch in den Mikros rücken sie zusammen und legen eine menschliche Hilfsbereitschaft an den Tag, wie man sie sich in den Luftschutzräumen von London während des Zweiten Weltkriegs vorstellt. Nur noch ein Wort zum Verkehr. Die Chilenen, die von Angesicht zu Angesicht so zurückhaltend und höflich sind, werden zu wilden, sobald sie ein Lenkrad zwischen die Finger kriegen, liefern sich Rennen darum, wer als Erster an der nächsten roten Ampel ist, schlängeln sich von einer Spur auf die andere ohne den Blinker zu setzen, brüllen sich an und machen wüste Gesten. Die meisten unserer Beschimpfungen enden auf on, weshalb sich der Fremde vorkommen kann wie auf dem Marseilla-Fischmarkt. Streckt einer wie zum Betteln die hohle Hand aus, ist das eine direkte Anspielung auf die Größe des Geschlechtsorgans des Widersachers. Das sollte man wissen, damit man nicht versehentlich eine Münze hineinlegt. Mit meinem Großvater unternahm ich einige unvergessliche Reisen an die Küste, in die Berge und in die Wüste. Zweimal nahm er mich zu den Schafweiden im argentinischen Patagonien mit, wahre Odysseen, im Zug, im Jeep, auf Ochsenkarren und Pferderücken. Wir durchquerten die wundervollen, urwüchsigen Wälder im Süden, in denen es immer regnet. Wir fuhren über glasklare Seen, in denen sich die verschneiten Vulkane spiegeln. Wir folgten verborgenen Schmugglerpfaden über die steile Cordillere der Anden. Jenseits des Passes empfingen uns argentinische Hirten, raue, schweigsame Männer mit geschickten Fingern und Gesichtern, so gegerbt wie das Leder ihrer Stiefel. Wir schliefen unter den Sternen, in schwere kastilische Decken gehüllt, mit dem Sattel als Kopfkissen. Die Hirten schlachteten ein Lamm und grillten es am Spieß. Wir tranken Mate dazu, einen grünen und bitteren Tee, der in kleinen Kalebasten aufgebrüht wird und von Hand zu Hand geht, wobei alle durch dasselbe metallene Saugröhrchen trinken. Es wäre unhöflich gewesen, das Gesicht zu verziehen über das Mundstück voller Spucke und Kautabak. Mein Großvater glaubte so wenig an Keime wie an Gespenster. Schließlich hatte er nie welche gesehen. Bei Sonnenaufgang wuschen wir uns mit eiskaltem Wasser und einer scharfen gelben Seife aus Scharfett und Ätznatron. Diese Reisen haben sich mir so tief eingeprägt, dass ich 35 Jahre später jene Empfindungen und Landschaften ohne Zögern schildern konnte, als ich in meinem zweiten Roman, Von Liebe und Schatten, von der Flucht meiner Hauptfiguren erzählte.